erwarte ihre befehle ist er doof in ordnung in ordnung in ordnung sofort wunderbar kristalle der neue bauoption melde mich wie befohlen sofort jawohl 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 sehr gern jawohl in ordnung sofort sehr gern sehr gern jawohl ach der russen haben auch Raketensoldaten sehr gern ja melde mich wie befohlen in ordnung konstruktion abgeschlossen neue bauoption ja in ordnung wird gebaut in ordnung sehr gern jawohl konstruktion abgeschlossen neue bauoption wird wird bestätigt in ordnung wird gebaut einheit bereit wird gebaut einheit bereit wird gebaut ich empfehle dir aber zumindest ein fliegfeld zu bauen wird verkriegst du deine falschung wegen wegen ich weiß wegen spionage flugzeug neue bauoption einheit wir haben jetzt keine satelliten wenn wir den körper aufstehen melde mich wie befohlen achso ich habe ja jetzt ja also schon mal ein äh schon mal ein alliierten gegner konstruktion melde mich wie befohlen jawohl in ordnung ich habe jetzt auch meine seltene durchgeschickt wird gebaut mal schauen was links und rechts von mir ist was links von mir ist achso bereit zum einsatz jawohl ein großes kampfwerk bauen wir mal wo rennt ihr hin ihr Pflauen in ordnung einheit verloren ahja in sowjet also in ruse in konstruktion abgeschlossen naja steht hier auch noch irgendwo auch was will gebäude verkauft wird gebaut einheit 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 so radaranlage steht ausmangel test sender ach so die panzer wir brauchen sidos ich meine verpasst panzer zu werden erwarte ihre befehle melde mich wie befehl Rot noch. In Ordnung. Wir brauchen Silos. Melde mich wie befohlen. Alliierter des Besuchers. Also 2 Alliierte gibt es schon im Moment. Ich muss sofort abgeschlossen. Der Rote ist nämlich alliiert. Ja. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Mal schauen, ob wir eine Marina haben. Hier Einsatzfahrzeug. Einheit verloren. Einheit bereit. Wird gebaut. So, Flugfeld. Wo bist du? Flugfeld, Flugfeld, Flugfeld. Er fehlt da. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit verloren. Einheit bereit. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Ich geh schon mal einen Gegner hier ein bisschen ärgern. Ja, welchen denn? Einheit bereit. Weiß ich noch nicht. Einheit bereit. Einheit bereit. Was haben wir denn da so geschlossen? Äh, noch drei Schwer... äh... Noch zwei Schiffe baue ich hier. Drei Alliierte haben wir. Und... Vier. Ah, und den Russen. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Melde mich wie befohlen. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Ah ja, die hast du schon... Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Neue Bauoption. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Wird gebaut. So, ich brauche noch die Scheiss... Scheiss-Testing! Ihr Einsatzfahrzeug! Ihr Einsatzfahrzeug! Konstruktion abgeschlossen! Einheit bereit! So... Wird gebaut! Oh my! Der Mammut! Abgebrochen! Ah! Wird gebaut! Einheit bereit! Du willst jetzt mit Mammuts überholen? Was für ein Schiff! Die brauche ich vor allen Dingen zur Selbstverteidigung! Ah! Da kommt ein lustiger Jeep vorbeigerollt! Wird gebaut! Wer hat ein Jeep? Der Rosane hat mir gerade ein Jeep vorbeigeschickt! Einheit bereit! Erwarte Ihre Befehle! Wird gebaut! Ihr Einsatzfahrzeug! In Ordnung! So... Konstruktion abgeschlossen! Ein Mammut habe ich fertig! Einheit bereit! Wird gebaut! Spionageflugzeug bereit! Neue Bauoptionen! Gestoppt! Abgebrochen! Werft gescheinend! Dann ist er am! Das ist wunderbar! Das heißt, er hat kein Geschäfer! Wird gebaut! Meldet mich wie befohlen! Meldet mich wie befohlen! Einheit bereit! Er baut ja Ihr Panzer bis... ...bis äh... ...bis dem Zeichraut hier! Wer? Ich? Bestätig! Ha! Unzuordnen! Was heißt denn? Da hat er zerwortet! Einheit bereit! Ah, da unten! Lilaner ist auch ein Alliierter! Ja! Ziel wählen! Einheit bereit! Wird gebaut! Können die Mammuts nicht schneller bauen hier! Fahrst du noch? Ja, Sir! Konstruktion abgeschlossen! Er hat ja U-Boote! Hahaha! Was fällt denn dem ein? Wird gebaut! Ja, Sir! In Ordnung! In Ordnung! In Ordnung! Erwarte Ihre Befehle! In Ordnung! Erwarte Ihre Befehle! Wird gebaut! Bestätigt! So, ich brauche mal eine neue Geldquelle! Meine geht mir langsam ins Neige! Einheit bereit! Wird gebaut! Gestoppt! Achtet! Ja, Sir! Bestätigt! Wird gebaut! Einheit verloren! Ja, Sir! Ent Ordnung! Einheit Verloren! Ent Ordnung! Einheit Verloren! Einheit Verloren! Bestätigt! Wird gebaut! Bestätigt! Bestätigt! Ich hab den Garten den Bauhof weggenommen. Böser BOOF! Jetzt schieß ich den noch mehr kaputt. Jetzt wird er gleich aufgeben. Ich hab's geschafft meine Zulus leer zu kriegen. Einheit verloren. Einheit bereit. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Ja Sir. Bestätigt. Ja Sir. Einheit verloren. Typischer BOOF. Bestätigt. In Ordnung. Der lohnt sich ja überhaupt nicht hier. In Ordnung. Ja der Pinke. Ah. Und der Arangen hat auch keinen Dingspuff. Einheit bereit. Juck juck. Gestoppt. Abschuss einer Nuklearrakete geordnet. In Ordnung. Ach gut ich darf schon die geht jetzt auf mich. In Ordnung. Nee. Ich bin doch eh schon mit Atombomben. In Ordnung. 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 wird gebaut ist der lilane einheit verloren jetzt klärt er mir meine meine vorrede hier unter meinem sammler weg sammler gefällt ich deinen eigenen scheiß übrigens du hast zwei feindpanzer in deiner basis als nur gesagt haben die sind garantiert mit einer panzer in meiner sammlerarmee hinterher gefahren wird gestoppt erwarte ihre befehle wird gebaut das war hier der blaue alliärte dein schiff steht dort an der küste und macht nix könnte es ja wenigstens mal den lilane kaputt haben eigentlich solltet ihr ja schiessen muss aber auch schon marineeinheit verloben einheit bereit wird gebaut wird gebaut egal ich brauche einen panzer das ist der öfengroß nur so gewalt in ordnung zureichende finanzmittel einheit bereit wird gebaut in ordnung bestätigt bestätigt ich habe gehört ich habe gehört zum 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 Clara zum 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 erwarte ihre befehle in ordnung die vergreifen sich ja alle an meinem feld was soll das die vergreifen sich nicht nur an einem feld erwarte ihre befehle ich klaue mich auch gerade allen anderen das geld und am arsch weg die 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 Ich kann einen Panzer bauen nicht hinterher. Ja klar. Ja klar. Der Knie-Line müsste kaputt sein. Hä? Wird gebaut. Stützp... ach. Also mit dem Knie-Line brauchst du dich nicht mehr zu kommen. Dem habe ich gerade den letzten Verbrechen kaputt gehauen. Ich muss mich um den Knie-Line kümmern. Der hat den einzelnen Soldaten in meiner Praxis. Ja, Sir. Geht nicht, flying. Ja, Sir. Bei dem Gebäude, dass der angegriffen ist. In Ordnung. Er durfte sowieso klar aufgehen. Ja, nimm ich nur noch. Äh, nur noch Truppen. In Ordnung. Um. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Einreizverlösen. In Ordnung. Einreizverlösen. 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 Achtung. Wird gebaut. Wird gebaut. Konstruktion ohne abgeschossen. Erwarte Ihre Befehle. Hier Einsatzfahrzeug. Am Schluss einer Lücke an. In Ordnung. Ja, der Einsatzfahrzeug. In Ordnung. In Ordnung. Einreizverlösen. In Ordnung. Einreizverlösen. Wird gebaut. Einreizverlösen. 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 Versnen. Verstetting! Bereit zum Einsatz! In Ordnung. Einheit verloren. Böder weird-case-ag-geschichte! In Ordnung. es kann sein dass der blaue noch ein paar rupriken hat erwarte ihre befehle wird gebaut einheit verloren erwarte ihre befehle unzureichende finanzmittel das ist ja dass du nicht ganz verstorben musst ja hat aufgegeben primärbauwerk ausgewählt ohne ist der hat aufgegeben und der andere darf ich jetzt auch gleich aufgeben weil der auch nichts weiter hat in der barrage könnt ihr noch haben aber ich habe hier Raketen U-Boote an der höchste lang schleichen du weißt was ne hat nix mehr einsatz erfolgreich ja ne ich habe zwischenzeitlich meine weil ich geld gebraucht habe eine armee an sammlern gebaut die haben eine korrelehr geerntet ein bisschen mehr gesammelt hast du und auch mehr einheiten gegelt aber ich habe hier gezielt an der küste lang gefahren und verbringend zerstört ja ich habe vor allen dingen hauptsächlich am anfang bei dem russen da hier an der seite da gab es mal kurz ne große panzerschlacht und wo ich den seiner armee zerstört habe und das war so ziemlich der intschu mit ner armee na jetzt war Schluss aha na dann na dann k ja Untertitelung des ZDF, 2020